Weltende Es ist ein Weinen in der Welt, Als ob der liebe Gott gestorben wär, Und der bleierne Schatten, der niederfällt, Lastet Grabes schwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen, Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen, Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, An der wir sterben müssen. Weltende Das auf diesen Titel folgende Gedicht wird ihm auf eine seltsame Weise nicht gerecht. Es ist ein Weinen in der Welt, Als ob der liebe Gott gestorben wär. Warum es ein Weinen in der Welt gibt, erfahren wir eigentlich nicht. Es wird nicht behauptet, dass es in der Welt sei, weil Gott gestorben ist, Sondern als ob der liebe Gott gestorben wär. Ein Weinen, weil es für die Menschen keinen lieben, Keinen tröstlichen Gott mehr gibt, Oder auch, weil sie keinen solchen mehr anerkennen? Oder nicht einmal das? Und das Gedicht ist vollkommen subjektiv aus der Perspektive von jemandem, Dem die Welt ganz persönlich ohne Trost und Hoffnung ist? Und der bleierne Schatten, der niederfällt, Lastet Grabes schwer. Das ist als Folge des in den ersten Versen beschriebenen Zustandes einleuchtend, Ein Dunkel über uns als eine Todesahnung ohne Erlösungshoffnung. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Eine Aufforderung an ein Du, sich vor diesem bleienden Schatten in einer Zweisamkeit zu verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Entweder ist das Gedicht sprunghaft und die Aufforderung zur Liebe ist wie ein Keil in die übrigen trostlosen Verse getrieben, Oder wir müssen uns einen Zusatz denken. Alle Menschen wandeln lieblos mit verschlossenen Herzen, in denen ihr Leben lebendig begraben liegt, Nur wir zwei nicht. Dann wäre auch der folgende Vers, Du, wir wollen uns tief küssen, Nicht ein weiterer Keil in die Trostlosigkeit, sondern die Fortsetzung, Intensivierung der Aufforderung zur Liebe, wenn nicht gar zum Liebesakt. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Auch hier ist beim näheren Hinsehen fraglich, ob wir wieder in der trüben Stimmung der Anfangsverse sind, Oder ob wir nicht Zeugen der Ekstase werden. Ein Leben, das als an die ganze Welt pochende Sehnsucht ausbrechen will, Eine Sehnsucht, an der man nicht stirbt, weil sie nicht erfüllt wird, Sondern an der man in Liebe vergeht, weil die Größe des Gefühls nur nach noch Größerem verlangt, Das irgendwann nicht mehr gegeben werden kann. Wir werden vielleicht auch an Tristan und Isolde erinnert, Deren Liebe zueinander ist zu groß, um gelebt zu werden. Auch sie verbergen sich vor den Schatten in Zweisamkeit in einer Grotte, Aber die Liebe füreinander zu leben, bringt ihnen den Tod. Übrigens, was verstehen Franzosen noch mal unter einem Petit mort? Else Lasker-Schüler hat dieses Gedicht später in immer andere Kontexte gesetzt Und so vielleicht davon abgelenkt, dass es kein Gedicht über den Zustand der Welt ist, Sondern ein Liebesgedicht. Und mein Name ist eine Tristan-Bild-Trippe. Und dein Gedicht wird es sehr, sehr schön. Und das ist eine Tristan-Bild-Trippe. wir sind ein Klein-Bild-Trippe. Und wir führen uns aber auch immer wieder ein paar Dinge, Vielen Dank.